So reihte sich in eineinhalb Stunden ein Song an den anderen, fetzte die 1,54 Meter kleine Dame in immer neuen Roben über die Bühne. Die Fans waren so zufrieden mit der Show und mit dem Monroe-Verschnitt. So zieht sie denn weiter durch die Welt, selbstbewusst erfolgreich, bis das amerikanische Management wieder eine neue gefunden hat, eine Trendsetterin, wie Madonna Chichione aus Michigan. So reihte sich in eineinhalb Stunden, über die Bühne und die Bühne und die Bühne.